hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ttt mit derselben truppe wie letztes mal schon davor und davor mit der mina hi der avrina das hat sich gereint hallo und der ccg matze also omega und c sind beide bei mir oben wenn ich gleich tot bin ja wer ist denn hier was lustiges bei der map guck mal wenn ihr hier unten in center hinklopft ja dann explodiert die cheese packung pass auf die fliegen jetzt durch die gegend hier die feuerbälle muss aufpassen kein scheiß also früher war es auf jeden fall mal so das ging schnell ja gut so jetzt legen wir los aber es fliegen keine feuerbälle durch die gegend wirklich so da sind so feuerbälle durch die gegend geflogen war übrigens geil das war die erste runde die ging jetzt ein bisschen schnell es waren gerade nicht so schnell alle drauf aber wir dachten nach kann wir holen euch alle mal trotzdem mit macht ja nichts weil jetzt die runde sind alle da genau zwei punkte drei zwei personen drei punkte weniger beziehungsweise ja und das ist schlimm die hol dich so ein was wieder confirm und danke nochmal war für das hier placement für ein half f2 die ganze zeit zwei glaube ich nicht zu war nee 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 das ist das einzige spiel hier nicht zu oft ach halo auch nicht ne halo ist auch noch da ja ja und mannopoli das zimmer gehört glaube ich einem mindestens osteuropäer das kann ich an der kiste sehen da steht mich irgendwas auf kirillisch wenn ich nicht ganz doof bin naja gut aber da steht auch coca cola im schrank also ja weil es ja keine coca cola da gibt es ey coca cola gibt es nur in deutschland ja im Grunde heißt sie coca cola ich bin gerade verwirrt in russland heißt sie nukakola in russland heißt sie irgendetwas mit komischer schrift kyrillisch cola ist mit hart geschossen ja da ist auch einer runter gefallen habe ich nämlich auch gehört na wo sei der trader oh das war ganz knapp irgendein trader ist oben ja das war ganz knapp an mir vorbei ja ich sehe es gerade erschießt auf mich kannst du meinen namen nennen nee sehe ich leider nicht dann eben nicht oh doch noch gehtet du sau ja ist geschenkt ey wirftet mit sachen zurück mit sachen zurück komm raus komm raus wo immer du auch bist äh wett ob ich es gerochen hätte in meinem kleinen gegohaus ne doch hat gesehen hast du nicht die hier so ja auch aber doch Komm raus, komm raus, wo immer du auch bist. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Alter, das ist so hart. Und was schießt ihr da? Ich glaube, das ist unsere NewPower-Bündel. Da unten liegen zwei Leichen. Achtung, Disco! Hallöchen! Hey! Ich liebe die Discos. Ich nicht. Vor allem nicht, wenn man am Rand steht. Ah, du warst ja schon unten. Das ist eine Incy Theory, aber die werfe ich nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Wer lebt denn eigentlich noch? Ey, jetzt werfst du den Incy Theory auf mich! Ah ne, war nur nur Swamp. Ich hab das Gefühl... Frank? Ja? Bist du Traitor? Nein. Wieso schon sitzt du drauf, Riesen? Ich bin noch drin. Ich hab auch... Tschüss! Ich würde doch nie Trader sein. Doch sowas. Was machen wir denn jetzt? Huchse hinten in deinem Rohr drin. Oha! Schönes Ding! Ja, tödlich! Ja, tödlich! Ja, tödlich! Da hab ich auch auf dir zu schießen. Hey! Hey! Ich bin noch Trader und du laufst einfach nach hinten, wenn ich auf dich schieße! Ja! Ja, dass das dahinter... Dahinter auch noch... Dass man da runterfallen kann, ist ja... Avrina war auch geil! Kommt zu mir! Ich 22 HP noch! Rest! Guckt mich an! Macht nichts! Ich denke, ja gut! Und hol's dir mit der AWP halt, ne? Schön volle Pulle nach nebengeschossen! Ich denke, ja gut! Dann rennst du nochmal hinterher! Gehst du hin! Alter! Und dann verpasst ihr mir eine mit der Schockgang volle Pulle ins Gesicht, ey! Alter! In your face! Disco! Das war richtig stark, ey! Ah, ich war übrigens eben hier während des Preparing-Modus, äh, bin ich abgekratzt. Bin ich nämlich grad schon wieder! Komm! Ja! Gehst du weg von mir! Wenn ich sterbe, ist sie jetzt! Achtung! Oh Gott! Oh Gott! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hallo! Geh weg! Achtung! Brandgranate oben! Ich bin gleich so traurig, aber ich bin ja nicht sicher! Der verfolgt mich so eiskalt! Ah, und gerade war ich so schön aus meinem Kopf drauf! Ey, die ist gerade hochgekommen, die ist am Fernseher! Eigentlich ein Apple TV! Ich mag den Keter! Ja, guck mal, da hinten wird geschossen! Wo? Wo? Die sind gerade hochgelaufen, die zwei! Ne, der wurde nicht geschossen! Wir haben nicht geschossen! Ne? Hat so ausgesehen! Ne! Aber ihr kommt auf uns zu! Ne! Weil sie nämlich beide Trailer sind und uns beide machen können! Achtung! Brandgranate! Oh, und wie musst du umdrehen? Dann geh ich schon zurück! Ja, so kriegt man die Trailer auch weg, ne? Ja! Die entgegen wir den Trailer! Und die rennen erstmal schön rein! Yes! Easy! Ja, warum reinkst du da rein? Jetzt kommst du von der anderen Seite! Übrigens, falls ihr noch so nicht wusstet, wenn ihr euch an den Rand des Welts begebt, fliegt ihr nach unten, also gegen die Wand laufen und wenn ihr in der Mitte seid, fliegt ihr nach oben! C bei mir! Ja, Daniel? Daniel, was auch, der ist Trailer, ne? Der C! Das kann gut sein! Der verfolgt uns die ganze Zeit! Das kommt doch schon wieder auf mich zu! Ich schieße! Ich schieße! Geh weg! Geh zurück! Schieße! Ja doch! Bennu, du darfst kommen! Schön angeschrieben! Aber es wird langsam ruhiger hier! Ja, wer? Mina? Oh, ich häng hier fest! Gut, die liebt noch! Aber ja? Ja! 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 Lass das! Geh wieder hoch! Omega? Ja! Dann kommt ihr was in blöden Dinge nicht raus! Sie gehen noch alle? Und? Alter, wir sind langsam taktischer, ey! Omega steht da oben im Regal! Ja! Ich... Was für'n Jump? Hey! C ist es! Wie gesagt! Das sind die beides! C und Omega! Ne, ich mach' ihn jetzt! Ja, ja! C und Omega! Ich mach' jetzt das C, weil du schon weg tut hier! Hallo! Da bin ich wieder oben! Alter, hab' ich den gemacht! Nee, ich glaube! Hallo Mina! Hab' ich den gemacht! Ich glaub's! Wenn ich von hier aus den Siegel-Headshot gemacht hab' ne! Ich renne jetzt hoch! Wenn ich sterbe ist mir scheißegal! Wenn er tot ist, ey! Dann feier' ich! Alter, pass' auf! Da ist immer noch Omega! Bin ich mehr oben! Ich bin bei Mina! Da ist Omega! Hast'n Ripp gemacht! Naja, aber gerade! Oho! Mina ist es! Ich hab' jetzt gerade Anker erschossen! Oho! Schade! Er ist dann runtergefallen! Mina ist es! Mina ist bestimmt schon tot! Warte! Nee! Ich hab' Mina gerade erschossen! Ich geh' jetzt zu ihr rüber! Anker ist gestorben! Wir haben uns für die Einzigen mit ihm wettet! Nee! Du Traitor! Hab's doch gesagt! Bisi Bisi Fack ins Gesicht! Wie hast du das gesehen? Ich hab's gehört! Ich hab' gehört, wie sie Oh Oh gesagt hat! Und umgefallen ist! Dann hätte ich doch schon längst wieder weg sein können! Wiss' ich hatte recht! Ich hab' gewusst, damit C es ist! Ey! Ich wollte schon sagen, hätte ich auf die Entfernung ein Diegel-Header gemacht! Nee! Ich hab' mich beöbelt, ey! Aber ich hab' eigentlich gedacht, damit du's auch bist, Omega! Ja! Aber ich weiß nicht! Weil ihr zwei da schön zusammen auf uns zugekommen seid! So lange hat er nicht gewartet! Omega hatte zu viele Chancen, die hat uns zu machen! Aber er wollte mich nicht mehr killen! Weil ich seinen Namen schon gesagt habe! Aber C hat ein bisschen Angst bekommen! Hast du gesagt, dann geh' zurück! Auch das! Ich hab' eindeutig wirklich gedacht, dass du doch abdrückst! Ich hätt' auch abgedrückt! Eintritt bei der hätte ich abgedrückt! Wie wärst du mal mit der Waffe? Das wär' ganz gut! Kannst du mir die vorbeibringen? Ich hab' so'n nervösen Finger, weißt du? Werf' einen am Boden! Rauchgranate! Hallo, Abina! Ja! Warte, ist ja gar keine! Brandgranate! Brandgranate! Wer kommt angenommen? Oh! 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 Da sind ja überall Brandgranaten! Ich begleite dich einfach mal ein Stück! Mach das! So! Wie ich letzte Runde machen wollte! Eiskalt über den Haufen geschossen hast! Das war mein Job! Dafür hat man mich bezahlt! Ich kann doch auch nix dafür! Was? Würde ich abgedrückt! Die beiden sind wieder hinter mir her! Äh... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich steh' doch nur! Hey! Wo? Wieso, noch Kumpels? Hey, ich wurde angeschossen! Weißt du von wo? Da oben wird er angeschossen! Weißt du von wo? Wer ist denn da oben? Ich weiß nicht. Tramp... Tramprennt grad' da runter? Ich wurde angeschossen! Pass auf! Die beiden da unten Ne, also du hättest doch gesehen, wenn wir geschossen hätten! Ich bitte dich! Der Kulat war's! Das ist nur n' Disco! Was war denn das? Wir wollen mal bisschen Abstand halten hier! Wir wollen hier! Bitte weiter gehen! Ich bin zu sehen! mich oben rechts oben rechts oben rechts oder war das nur die granate oder ist doch eine brand gerade explodiert ich fühle mich ja gerade verarscht wer lebt denn noch gerade es lebt keiner mehr außer die ne oh da brennt es hätte da angst ja warum das gehört ich weil ich angeschossen wurde ja wieder ich meine granate also damit ja bei meinem ernst es sind doch nur noch wie vier so ich habe aus aus versehen nicht ganz aus versehen das ist nicht wahr das jetzt nicht wirklich oder das war eine sehr sehr schöne runde also bis jetzt schon mal sehen ob sie noch holen kann aber es ist super also hätte ich jetzt nicht alle credits schon verbraten hätte mir jetzt noch ein drüber oder durch die ich geholt mich hochgeschlichen aber das konnte ich leider nicht mehr da wo bist du denn auch gleich ein headshot diese die schufe wie nina auch so schön sagte wo wenn ich geschossen bin ich dachte so scheiße jetzt hat sie mich in der störung vom schrank sagt sie auch noch sozusagen oder so oder Oder war das nur die Granate? Oh, da hat sie... Sie war ein Arschluss gerettet. Das war wunderschön. Oh, schade. Weil es auch hätte Tramp sein können, weil der grad von da oben runter kam. Und deswegen war ich mir nicht sicher. Die Granate war von mir. Ja, erstens weil die Granate von dir war und weil du grad, als von da oben geschossen wurde, du auch da grad runterstiefelst und ich wusste dann nicht so genau. Nee, auf mich wurde ich auch geschossen, angeblich. Ja, das hätt ja... An alle Traitor. Ja, ihr kotzt mich an. Hört auf mich als erstes, mal gleich wegzumachen. Guck dich an! Tramp, da kommt der! Sind Danny und ich stehen so hinter dir. Das kann nicht wahr sein, Alter. Das waren drei Runden hintereinander. Vor allem, ich bin mal noch schön in die Insta reingelaufen, ne? Das Ding war grad echt richtig mies, ne? Oh, das war richtig... Das war schön, wie viele du grad umgebracht hast. Erst Anker und dann noch mal hier schon wieder. Ich hab wirklich gedacht, wir sind doch noch zu viert. Ja, hab ich auch gedacht. Tramp, ist das auf keinen Fall. Dann müssen das nur... Könnt's nur noch die anderen beiden sein. Und auch genau den Pfeil stirbt. Ja, und ich hab's genau andersrum gedacht. Weil, Avina... Avina hätte mich töten können da in dem... in dem Mauseloch. Ja. Ziemlich locker. Also hab ich nicht gedacht, dass sie es ist. Ich dachte, ihr zwei seid's. Nee, nee. Also ich war total unschuldig. Naaah. Ich hab auf keinen geschossen, nix gemacht. Oh nein! Hab ich da jemand runtergeworfen? Scheiße! Irgendeiner ist da runter. Ich hab da irgendwo... ...eine Dings hin geworfen. Ich weiß nicht, ob... Ich aber... Irgendwo... Hast du wieder einen mit Disco gekillt? Ich hab... Ich hab... Ich hab mit Disco geworfen... ...und dann hab ich leider nur noch dieses... ...gehört und wie jemand runtergefallen ist. Okay, sorry. Ich muss jetzt gucken. Discos sind gefährlich. Okay. Also wenn ich das war, tut's mir leid. Aber eigentlich ist hier so ein Sohn in den Boden geflogen, dass ihn nicht hätte treffen können. Nies Jahr eigentlich... ...durch Watter gestorben ist. Äh, Fallschaden. Gut. Dann war's wohl... ...wegen deiner Insel... ...äh, wegen deiner Disco. Ich laufe immer Fallschlagen, ey. Naaah. Also oben brennt's, ne? Da würde ich nicht hin. Ihr zwei Leute hätten schon wieder... ...ganz schön... ...zusammen. Oh, danke. Ich würde jetzt nicht darauf hinweisen. Anka? Ich würde jetzt weggehen. Du stehst genau da hinzu. Ach, das ist ein Auto. Dazu steht noch jemand hinter dir. Vorsicht hinter dir. Mina. Das bin ich. Ja, Mina. Wo in meinem Ocken? Dann Omega, warum stehst du da oben so nah bei dem Brandzeug? Ja, weil ich das gerade hingeworfen würde, damit sie nach oben geht, aber sie ist nicht nach oben gegangen. Was ist das Problem? Äh. Hey, Disco. 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 Pogo. Klingelingeling. Ey, bitte hoch! Achtung, Disco! 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 Was? Ja? Ja. Um, jetzt. Was? Was macht ihr? Das sind meine Käse-Cracker. Das sind meine Käse-Cracker. Das war keine Disco, die macht noch Mist. Mein Polizeiauto. Alles meins. Wer lebt noch? C, ja? Ja. Bist du ruhig? Bist du wieder Trailer? Ja, selbstverständlich bin ich Trailer. Wenn ich ruhig bin, bin ich doch immer Trailer. Das weiß ich. Wo bist du denn? Ja. Oder du killst einfach alle loszenden. Gut, dann schiebe ich mal auf dich. Hey! Oh, hab ich dich getroffen? Ja. Die da draußen sind entweder alle deprimiert oder tot. Du bist aber Trailer, ich weiß es. Das kann nicht sein. Natürlich. Ich kriege das. Wer ist denn hier Walvo? Ich glaube, Tramp ist es. Ich glaube, Tramp ist es. Ich glaube, Tramp ist es. Ich war gerade erst Trailer. Ich kann jetzt schon wieder. Ich war drei Runden hintereinander. Okay, das ist für mich der Beweis. Er ist es. Okay, Disco. Darf ich ihn machen? Darf ich ihn machen? Disco! Darf ich? Ja, wenn du meinst, er ist Trailer, dann mach weg. Ich hab keinen Bock erschossen zu werden. Ja, gut. Da wach! Da wach! Da wach! Jetzt bin ich schon wieder reingelaufen, ey. Oh! Stopp! Hier sind Schildgründen. Oh, vielen Dank für den Tipp. Und der letzte, wo da war, war C. Das ist nicht wahr. Ich komm hier nicht drauf. Ja, der ist auch höher. Der läuft hier gerade von mir weg. Hier ist es. Glaub mir. Dann? Ich bin so schlecht im Sniper gerade. Medizin krieg's gerade gar nicht hin. Ich glaub, sie sind Sniper. Hey, wo sind denn die Schildgründen? Der? Du bist es! Ich hab nicht geschaut. Die Schildgründen sind am LKW. Ah, da, wo die Rauchkranade war. Auf mich hab geschossen! Okay, ich seh's. Aus dem Lego-Haus war das, ne? Ja, ich bin immer noch da unten drin. Ich schieß nicht auf dich. Ja, ich bin aus dem Tunnel. Ja, dann! Ja, dann! Ja, dann können es ja nur noch die zwei Mädels sein. Aber wenn... Ich bin aber nicht da. Ich wollt grad sagen. Ich bin innocent. Ich hab hier gerade noch neben dir drei andere Kiel. Ich spiel nur Euro. Ich spiel mehr mehr dazu. Ja, dann ist es zäh immer noch. Ich... Wenn jemand anderes muss es ja nun mal auch sein. Das sind die Schildkröten! Ja! Ich hab's vergessen! Ich hab einen Schildkröten. Die Schildkröten sind die Schildkröten. Eindeutig. Da steht's zu zweit unten drin. Ja. Ja, und da sind auch zwei Schildkröten hinter dir. Ja, muss ich sagen. Einer hat nichts. Einer hat nichts. Einer, die andere hab ich. Also Omega ist schon mal nicht... Also es ist Zehe. Omega, wenn du Zehe bist... Ja, Omega ist hier schon so komisch da. Und dann schießt jemand auf Anker. Jemand hat auf Anker gewonnen. Es ist Zehe! Oh Omega, du bist mir gerade auf den Schuss gesprungen, sorry! Oh, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab! Wollt grad'n Zehe killen! Ja, ja, ja. Ja, aber dann seid nur noch ihr zwei hier draußen. Ja. Ich... Ich geh jetzt Zehe killen um mich zu proven, ey. Naja, ich wollte das auch eigentlich machen. Wenn du mir... Wenn du mir noch einen Rücken schießt, alter... Das war... Keiner Absicht! Ich... Oh, sorry. Irgendeiner ist gestorben. Wer ist noch da? Du bist es nämlich. Hab doch gesagt, du bist es. Tag! Bist du... Aber Daniel, ich war's nicht, Daniel. Ach ja. Daniel, bist du durch die... Macht Spaß. Ich stand... Ich stand... Pass auf. Ich stand ganz am Rand. Weil ich grad ne Stufe höher wollte. Und merke auf einmal nur so ein... Ich hab... Ich muss das ganz minimal noch abgekriegt haben. Und merke auf einmal nur... Hey, ich falle! Geil! Oh ne, ich hab deine Leichte gesehen und dachte nur... Ach nö, nicht schon wieder. Habt ihr gesehen, wo ich gelegen hab? Habt ihr gesehen? Ja. Ja, auf dem... Ja, auf dem Spielbrett. Und wo? Ihr müsst abmoderieren. Das war Monopoly. Ich lag verdammt nochmal auf Freiparken. Ja, wer hat eigentlich... Ich hab anmoderiert, ne? Ich hab Hallo gesagt, oder? Ne, ne. Ich eigentlich. Natürlich. Du hast Hallo gesagt? Ja. Tut mir leid. Mach nix. Möchtest du Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss Tschüss Möchtest du richtig Tschüss sagen? Meine Aufnahme ist aus Gut dann tschüss